So Leute, let's go. Ich hab vergessen, in Aufnahmeszustand noch. So. Erster Versuch logischerweise. G1, G1. G1, G1. Benet, vielen Dank für die 5 Giftsabs. Ehren. 20 Minuten Terreben. Winter Finder K可是 во 20 Vто in der Sa consiste. G5 W Wetter Peiedo Athletor. G6 Wetter medida. G6 Wetter Peugeous Pett으면 dieφоля-zube. Ge5 Wetter Peке. Und Jespn 40 Ok, klar Jespnalla Ich weiß, ob es dann Kontakt gab Safety Car Kannst du mit Medium Medium durchfahren jetzt eigentlich? Mhm Gehst du rein? Keine Ahnung Ich geh rein Gehst du wirklich Track Position auf? Ja Ok Ich muss mit den Softs reingehen Wollen wir den Softs nicht so lange halten? Ich hab jetzt schon 10% drauf Ja Pitlmüter, dann arbeite halt nicht mit Ok Ok Right, let's go Come on That was a fantastic stop Faster than we were expecting Entweder ich kanns da klein nochmal reinfahren wenn du willst 5 Sekunden absitzen Oh, jetzt hat Mediums Ok Okay Stay clear of the white line on the exit We'll receive a penalty for dangerous driving if you cross onto the track Oh, Markus ist raus? Farma Ah, alles klar, Markus Ok Ok Trotzdem Dankeschön fürs Einspringen, Markus Das hat die schöne freiheit kann ich mir die medien fahren vorne muss müssen ja einmal auf hart gehen zumindest man kann das medium wechseln oder die wechseln auf medium ich glaube keiner fährt vorne haus jedoch soft medium ja aber die werden nun super langsam verliesst euch plätze ja ein 23 und jetzt das auch wenn ich frage auch ich vor dem haus oder keine ahnung kann ich auch schon wo es vor fall jetzt bist du jetzt vor dir noch ja ach so warte mal und marcus raus ist die spiel und sicher beide rein oder kannst du gerne machen aber war das gut riesen fragt mir ob er bock hat die runde zu kommen oder wollt ihr oben alleine bleiben krisi vielen dank für den reset im 19 fast zwei jahren habe ich die schon in der wacke hallo bene ja ich glaube oh nein jetzt bin ich fisch drauf gefahren wer wird schaden ich hoffe nicht auch keine dinge oder so ich war noch auf die andere von riesen heute runter kann riesen oder um die oben allein wollen doch es gibt eigentlich strafen für drauf fahren aber ich habe einfach nicht bekommen ja frag mal erst ob der bock dazu ja ich habe mich gedreht oder wurde gedreht ich weiß nicht muss jetzt noch mal angucken na ich habe es auch nicht vorderrad gegen hinterrad und kurve 1 ich war eigentlich schon daneben richtig bin so mal gucken ich weiß gar nicht ob das bei mir klappt gut wunderschön du bist ja auch hier hinten ja ich habe track position aufgegeben bin auf soft gestartet auf p1 und jetzt bin ich mit medien zu hinten hey soft am start sind sogar ich war ja auch nach der ersten schikane war ich direkt dritter naja jetzt ist alles geil ich weiß ob vorne einer mit hart gefahren ist aber ich habe jetzt medium medium ja gleich habe ich einen mercedes hinten da so überholt hä der kann mich einfach überholen wow Thomas hast du zu langsam hallo nein gar nicht zu langsam ja würde ich mal behaupten Markus hat um 20 Uhr den Liga rennt der ist eigentlich nur auch ersatz er hat ja 50 Sekunden bekommen nein aber ich durfte nicht zurück überholen so geht gleich los weiter geht los wo war ich darf nicht so rum was ist denn jetzt los ah okay ja da ist doch da ist doch ich also ich ich überhole dich nicht ich kriege auch keine penalty weil er da am offtrack war aber ich hätte nicht vorbeifahren dürfen glaube ich I don't know hier was ist hier los was ist hier kaputt was ist hier kaputt okay beat then was ist hier we're auf ihnen wehr her wir ja hier ja hier 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 da wird so viel stritt dabei ich muss schenken jetzt mal was für flügel settings hast du 38 vorne auf jeden fall 33 hinten wahrscheinlich ok dann muss ich auf jeden fall gerade aufpassen bin schatten to strong ja das ist was der tabelle da jonas und schluss zu tun oh ich war kurz surfen das setup wird echt unangenehm, sobald du minimalen Reifen abriefst. Hab ich halt gemerkt, holy shit. Oh, toll. Hast du auch einen Corner Cut? Ja, ich glaub zwei sogar. Also zumindest der zweite hätte auch einer sein müssen. Ich hab auch einen bekommen. So. Mach mir mal einen Stefan. Ein 8. Ach komm, man glaub ich's hält. Ich hab glaub ich schon geblinkt, ne? Ja. Alter! WTF? Was ist das? Der Weg hat 8 Sekunden. Damn. 2% Differenz zwischen der Vor- und Hinterachse. Ich bin zufrieden. Ich hörte heute auch mal das Pumpdraften unterlass. Ich sagt ja. Ja, ich hab da. Ja. Ich hab' da. Ja, ich hab' da. Und ich hab' da. Ich hab' da. Ich hab' da. Ich hoffe, man hört die Sirenen bei mir nicht. Doch doch so. Seid mir noch ein Mikrofon eingestellt worden, Jasmo? Alles cool. Was macht man jetzt? Ja, eigentlich kann man nichts machen. Hard durchfallen, ne? Boah. Das wird schwierig. Ich war mir unsicher. Day 4, wof gehst du? Auf Sieg. Ich habe überlegt mir nochmal Mediums zu holen. Also Intras, ja. Jetzt verdachtest du, ich blöpfe? Ja, ein bisschen, aber... Mit dir gegen dich doch nicht. Ich habe da eigentlich auch nicht drauf geachtet. Ich war mir nur selber unsicher. Okay. Und ich habe noch vorhin gesagt, oh, Dave, ich bin ein bisschen überspringend. Ich denke, ich bin bei zwei Rot mittlerweile. Ja, same. Ich habe eine halbe Runde Überschuss mitgenommen auf jetzt eine. Ich freue mich richtig, finde ich. Danke, man hört's raus. Haben die beiden nach vorne Strafen zufällig? Nein, aber die sind auf alten Mediums. Okay. Wait, das heißt, drei, ich bin hier auf drei? Ja, und ich komme auf eins. Oh, okay. Wobei, hinter dir dürfte Raphael, oder was, Raphael, sein? Der hat sich jetzt, was hat er sich geholt? Ja, auf hart. Auf hart. Alter, fährst du jetzt wirklich? Durchräume. Erstens, zwei, 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 drei, drei. Freund, fanatic. Was ich heute gegessen habe, und meine Mama hat vorhin eine Grillplatte mitgebracht. Ich habe bestimmt Big Mac gegessen. Ohne Bacon und ohne Tomaten. Das ist mich gewiss. Ich habe vorhin, ich habe vorhin eine Grillplatte bestellt, meine Mama hat sie nach der Arbeit kurz abgeholt. Okay, Fake ist rein, oder? Fishy ist rein. Fishy. Fishy ist rein, okay. Also ich werde jetzt gerade bereinigt, eins. Jesper, halt mal hinter dir, was drauf will auf. Wobei, der dürfte an den nicht vorbeigehen mit Harten. Du hast frische Mediums. Ja, aber der ist schneller als ich. Und dann wird mir wieder schwindelig, und dann bin ich in der Wand. Nicht schwindelig werden einfach. Profit. Es war im Quali so schlimm. Hatte ich jetzt zum Glück noch nicht im Rennen, aber. So einen schönen Anforder? Ja, ja. Was hast du denn eigentlich? Weiß ich selber nicht. Ja, das ist aber nicht Corona, oder? Nee, nee. Das ist einfach nicht erkältet? Keine Ahnung. Oh, Junge, eigentlich. Mein Vater hat irgendwas. Ich habe keine Aufnahme laufen. Ja, super. Ja, rede weiter jetzt. Mein Vater hat irgendwas, ich weiß aber nicht was, das ist irgendeine anstrengende Krankheit mit dem Hals. Und da wird bei mir jetzt auch so ein Abstrich gemacht, aber da kriege ich das Ergebnis erst morgen. Aber, also Halsschmerzen habe ich eigentlich gar nicht mehr. Also ich denke, das war halt irgendwie nur ein Virus. Danke für den Tipp, Matteo. Das ist selbe falsch. Ich wusste gar nicht, dass man es downloaden kann. Das ist nur ungefähr ein Zehntel der Bitrate, die ich auch nutze. Lassen wir mal unter den Tisch fallen. Na gut, Gott sei Dank. Dann legst du die Ankach hoch? Ja, ne? Oh, ich lasse gar nichts hoch. Immer so hoch. Manchmal muss man noch loslassen können. Also hier ist Papp an die Box. Ja. Da kracht es komplett. Problem ist halt, ich habe bei Reason und in der Zweispieler-Karriere habe ich nach dem Safety gar keine Pace mehr gehabt. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht mehr. Von vorne habt ihr das Gehörte? Ja. Achso. Es ist direkt eingebrochen. Warum? Sie Pace vielleicht kriminell? Aber warum ist sie eingebrochen? Ja. Ja. Schwer rutsch können wir ja sogar. Stormi! Danke schön wieder, Rainorino. Keine E-Mail. Sorry. Stormi! Danke schön wieder, Rainorino. Guten Tag. Danke, wie lange ist das Handy schon draußen? Acht Runden? Wie ist das? Rettung. Moins, Rainorino. Wir haben meine Mediums schon so viel. Wie haben die denn? 22. Ja, ich auch hinten rechts. Äh, beide hinten. Nicht auf 5%. 5%? 5%? 5%? 4%. Dicker Madman! Oh, Mann. Wie bremst du so hoch? Keine Damage. Nur so hart angebremst vor allem. Und wird auch ausgewicht. Nur, was kann man machen? Ich paycho 5s. Ich paycha 13s. Ja, ich bin gut, ich bin gut, ich bin gut. Noidee. Ich hab echt mit 16 Na, ein bisschen Tokio Diff Ah, du bist schon an Sebastian vorbei Ja Holy moly Ich bin ein Chikane Meine Mohsen, nie Ich kann mich auch nicht wissen, Schuhe ich drehe mich gar nicht nein nein du kommst nicht weg das dhs könnte ich habe kein dhs ach so jetzt ist dhs alter was passiert ich habe mich gedreht ich weiß nicht ob das ding war ob ich auf den körper geschleidigt habe aber das ist genau das man meint nach dem safety gar keine face mehr insofern auch acht prozent differenz zur vorderachse ja das mit in acht prozent kommt halt wegen der strecken charakteristik darauf würde ich jetzt nicht zu viel augenmerk legen vielleicht kommt da noch ein safety gar ich glaube ich bremste auch einfach zu spät ich bin gleich mit 21 sekunden aber vor allem er sammelt primär die fünf sekunden strafen was macht er denn was macht ich gerne wenigstens absetzen ich weiß nicht ob mich was dafür getroffen hat oder ob ich mich gedreht habe und auch nicht verloren habe habe ich damaged noch ein bisschen im gehirn ich bin Ja, ich schaue mir so. Das ist die Frage, ob ich jetzt aufholen kann. Sag Bescheid, wann du hoch vorbei willst. Hat er erstplatzierte frische Mediums drauf oder was? Nein, werden wir nicht. Ne, Flamber ist das Erste. Der ist richtig schnell. Das ist die Frage, ob ich jetzt aufstehen? Ja. Ui. Ich hätte ich eher erst Okay, 15 Tanne geht rein Nicht 14 Das ist perfekt Ja, das ist richtig perfekt Never give up, Leute Never give up Warte Du kannst aber auch auf Mediums des Wechseln, oder nicht? Du kannst mal in der Sparte gehen Ja Das ist schön für mich Ich hatte andere Pläne Was hast du denn für Pläne gehabt eigentlich? Naja, das ist Gren zu gewinnen Soft Soft Das hat mich halt wieder ins Rennen geworfen Mehr quatscht da die ganze Zeit im Hintergrund Das ist Riesen Das ist Riesen Nochmal ein Anzeichen für dies Ähm, ja, Mattmann ist kein Problem Die haben beide Soft Okay, dann ist es Ja, stimmt, diese auf Mediums gestartet Die konnten grad kein Dings nehmen, Medium Ich bin da draußen geblieben Mit seinen Harten, ne? Wer? Glaube ja Ja Wer? Was, Raphael Der Haas Achso, Raphael Ja Das heißt, wer ist der Raphael? Okay Kalle, danke für den dritten mit Prime, merci Sag einfach, was, Raphael Wenn schon, dann, was, Raphael, alter Nicht, was, Raphael Okay Was, Trüffel Jetzt wird nochmal auf harte wechseln Ja 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 Ich glaub, das kann man durchfahren Also Jeff hat gesagt, Untersetzung Ne, what? Riesen Ne, ich nicke So, nicht Aber ey, Riesen, wieder das gleiche von oben, nach dem Selfie-Kart, wieder keine Pass Ach, Digga, du bist hier halt eine Ne Skill-Issue, glaub ich Ja, cool, doch Geht gut Geht gut Oh, mein Gott, jetzt, du bist ja fast die Wand Ich hab mich noch umentschieden Am letzten hätte ich jetzt in 5 Sekunden mit kommen können Kappen Bei 3 Sekunden auf Tracker-Pack Für Kappen Ja Ich glaube, den McLaren hinter mir haben wir veräppelt, der ist sogar noch mal rein, frische Reifen. So, jetzt auf Softs, Softs durchfahren geht halt gar nicht. Der war ein wieder Volk beim 24er. Soll man nicht mit den Pfoten fahren kann? Hm? Also ob man keine zwei Pfoten mit den Dingern fahren kann? Mit Softs? Hm. Ist halt wie, ach egal, den Vergleich bringe ich nicht, kannst schon machen, aber ist halt nicht geil. Geck. Vor allem können die ja am Anfang mit den Softs die Pace halt nicht ausfahren, weil die erstmal Leute überholen müssen. Hier ist mir egal, wo die reinhalten, halt mit rein. Mach ich. Bin fest da. Der wird genau überrein, der jetzt. Und ich wurde angepuppst. Geh, ich bin wieder in der Top 10 drin. Ich glaube, Leipzig heißt, es ist doch eine Runde draußen, oder was? Ja. Oh, Leute. Wir haben neun Runden hinter sich die Kaffee gebracht. Und dann bist du Jedi, hab ich mitgefahren. Oh, ich glaube ich. Oh, ich glaube ich, sechs Rennrunden, oder so. Oh, super viel. Eine VSC hat mich, glaube ich, gar nicht, ne? Ne. Eine volle Safety Car. Gab es da Red Flags? Ich glaube noch nicht. Nee, die Red Flags waren schon da aus. Ja. Eine Safety Car in der Spawn, der Spawn, einmal im Ding drin. Ja, da ist nochmal ein McLaren reingefahren. Oder derselbe. Ja, also die letzten ein, zwei Plätze würden, da würde ich auch immer wieder reinfahren. Einfach eine frische Reifen mit denen. Ja. Frische Interest, Mann. Du, bei zehn Runden Soft, geht das jetzt? Es sind elf Runden Soft, aber ja, das sollte klappen. Auch, dass es geil ist? Ja, schon. Ich würde jetzt reinfahren an deine Stelle, Kaya. Ich bin halt echt am Überlegen. Kaya, das Safety Car kommt gleich rein. Oh, you're right. Okay. Ansonsten wäre die Überlegung durchaus was wert. Plus drei Runden Sprit, Alter, das ist wieder... Sprit. Sprit, man. Sprit. Ich nicht das gute Sprit. Ja, ist das Sprit. Ja, ich würde mich nicht mehr verlieren, aber ich würde mich nicht mehr verlieren. Rake Magic Lösung Ja, ja Ist mir eben auch was zwischen den beiden letzten Kurven aufgefallen Hat dann einer reingefahren, ist das so schwer? Ja, kann ich auf die Sätze fahren, ist einfach schön Das war leck Oh, die haben richtig schlecht gestaut Oh, wie schnell ist der? Not high, hat er keine Base Alter Ja, ist doch die Tür aufgestoßen Noch nie kennt Man kann sich auch reinhalten Ist ja hier nicht nur predigen Bedienung für Jesper Oh Oh, wie das Riese heben Alter Kauf einen, nimmt zwei oder was? Der zählt nicht, oder? Ja, Kauf einen, nimmt zwei, das war gerade wieder sowas Auf geht's Jesper Jetzt darf er vom Teil gelb überholen It's Showtime Oh, ich hab 30 Minuten drauf Ab und darf alles Der hört wahrscheinlich auch Sweet Home Alabama, während er durch Saarland fährt Was? Fastest left in einem Safety Car In welcher Welt sind wir noch hinter einem Safety Car? Ja, wer weiß, was ich meine Ach, mein Junge Ah, der Boden war noch nicht rot, Dave, der musste noch nicht bremsen Richtig Okay Die mit Ideallinie fahren, bremsen nur noch Ideallinie Das ist doch partialisiert, Dave Meine Fresse, ey Die lachen, ey Ist jetzt gerade ne 3 Sekunden bekommen, ob's auch wieder frech Dann war ich davor direkt an Jesp betragen, jetzt halt nicht mehr Okay dann hat man auch 3 Sekunden Oh, was ist der Fall, das Junge? Der Fisch ist richtig krass unterwegs gerade. Er ist bloß gerade ziemlich heftig unterwegs. Ja. Der ist voll OP einfach. Das kostet Zeit. OP 1 3 Sekunden. Der hat Angst. Ich weiß leider nicht ob ich eine Warning oder zwei hab. Drei Sekunden fährt es besser als nur zwei Warnings. Ja aber vielleicht hab ich ja nur eine. Ja. Immerhin. Ich weiß nicht. 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 oh gott ja was gibt's was gedreht ne hab ich nicht gut oh nun fast mach's doch mal ich hab's nicht gesehen ne das wäre von ungefähr ja ja Habt ihr alle davor in drei Sekunden? Nee. Ach du nicht, ne? Nee. Ja, war ja wirklich knapp. Jetzt musst du dir die extra raus spüren. Und noch? Ja, ich würd' kurz sagen, er kriegt die drei Sekunden noch alles gut. Und das ist nur fünf Lapps. Ich staune, ich sag mal was, wie du die Geschmacksrichtung findest. Marcel hinter dir blinkt schon. Also macht man. Ja, bleiben wir auf 1er. Wait for me, guys. No. Okay. Okay. Oh, ich habe gerade so einen heftigen Leck gehabt. Hui. Hm. Vielen Dank. Okay. Okay. ich hab glaube ich hab dir erst ich habe so schnell gedrückt dass der sound nicht kamen die beiden 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 jetzt hinter dem glaube ich oder was Alter Normale 3 Sekunden, ach man Erstmal wenn du die Runde durchstehst und die nächste hast du keine Penalty und gewinnst das Ja Wenn Was schaffst du Im Zweifel lasse ich auch überholen und wir müssen nur dranbleiben Nö, machen wir nicht Verlieren wir den Anschluss zu Flemper noch Nein, du wirst ja nicht im letzten, wenn du so weit weg kommst Äh, mir geht es nicht um die Ersposition Ja, mir geht es um die Ersposition Guter Teammate Hahahaha Hahahaha Uff Fisch Fisch Guter Teammate Schönes Ding Bisschen angefressen Leicht ange Abgepiept Und äh War da mal ein bisschen ruhiger und ein bisschen mehr serious Guter Teammate Guter Teammate Guter Teammate Ja ihn Drei Guter Teammate Guter Teammate Guter Teammate Guter Teammate Bis zum nächsten Mal.